Hey, hey, meine lieben Crazy Gamer und Crazy Gamerinnen, was geht bei euch? Ich bin's wieder, euer Crazy Memphis, so sieht das aus. Ja, willkommen zurück zu Asuras Wrath. Asura ist immer noch am Austicken und ich eigentlich auch, weil ich muss den Part jetzt schon zum dritten Mal spielen. Da mein Aufnahmegerät jedes Mal so ein scheiß Soundfehler reingeballert hat, ist es zum Kotzen. Drehe ich durch, drehe ich echt durch. Oh, oh. Will sie die stärkste Waffe raushauen, oder was? Nur für Asura? Und natürlich direkt auf die Erde knallen? Da kommt die Karma-Festung. Und natürlich direkt auf die Manta-Festung. Manta-Festung. Und natürlich direkt auf die Manta-Festung. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und er hat auf jeden Fall sehr, sehr nice, geile Moves drauf und ist auch ziemlich schnell Nice, right? Oh, nice Okay, wir haben hier auch wieder die Gum-Gum-Menschen Yay! Here we go! Nice, den haben wir zerripped Woah, 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 woah No! Nice! Ah, fuck! Ja, das hättest du wohl gerne, mein Freund. No! Mach dich weg! Ah, ja, dammit. Yeehaw! Fuck you all! Oh, shit! Wo ist denn der Gum-Gum-Mann? Ist das er? Jawohl, okay. Wow. Nice. Komm schon. Nein, ich wollte doch... Oh, ho, ho, ho. Okay. Etwas durcheinander hier alles. So, Gum-Gum-Mann. Ich hasse eure scheiß Bälle hier, ne? Ehrlich. Fuck you! Wow! Au! So, verdammten Dreckssäcke! Nein, wo ist er? Da! Und... Gum-Balken! Yeah! Here we go! Excellent! Nice! Nice! Nein, Mann, du verrückte Olga, muss echt aufgehalten werden. Der durchgeknallte Miststück. Au, au. Noch 5 Minuten Zeit. Dann würde ich mal sagen, wetzt die Sohle. Und let's fucking do this. Right? Fuck you. And you. Ah, daneben. Scheiße. Au. All right. Let's be here. Cool. Au. Die haben mich trotzdem noch erwischt. Die Drecksäcke. Okay, ey. Okay. All right. Ey, jetzt kommen auch noch die Burschen hier. Mit ihren komischen Moppetz, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Nice. No. Oh, springen, warum ist er nicht gesprungen? Ja, doch, Knopf funktioniert noch, auf jeden Fall. And, yeah. Let's do this. Fuck you. Open the door, yeah. Okay, hier muss ich ein bisschen schneller agieren, wegen diesen Scheißdingern da oben. Au. So schon mal nicht. No way. Ah, er hat mich trotzdem. What the fuck? Oh, what? Die Scheiß-Mist-Viecher da oben, ne? Ich hasse sie. Whoa. Okay. Oh, Dickie. No. No. Oh, what? Was hat mich denn jetzt getroffen? Nein, jetzt habe ich's verkackt. Völlig verkackt. Lass mich alle in Ruhe. No. Oh, my God. Oh, oh, noch drei Minuten. Oh. gib mir fucking mood yeah here we go okay ballern for the wind weiter geht's aber auch nur kurz fuck you all scheiß schiffe hier ja das war's auch schon jetzt kommt der schlimmste partner mit diesen dingern okay okay nein zu früh gesprungen okay springt ja gar nicht oder jedenfalls nicht so hoch naja mal zwischendurch bitte und springt rechts gesprungen gotcha bitch goddamit für dich deine raketen kannst du gerne behalten oder kam wieder eine geflogen hohohoho alright los jascha mach mal ein bisschen gas da ja 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 jascha du schaffstest here we go oh oh big buddhas for the win jascha 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 Asura, du brauchst mehr Wut. Komm schon. Oh. Immer mitten in die Fresse rein. Komm schon. Komm schon. Oh, da kommt schon. Yeah. Oh, da kommt schon. Oh, da kommt schon. Oh, da kommt schon. Oh, da ist Jascha wohl endlich aufgewacht. Und hat erkannt, dass die Sache, was die Gottheiten hier vorhaben, echt für den Arsch ist. Und ja, pretty nice. Hoffe, der Part hat euch wieder ein wenig gefallen, auch wenn es ein bisschen ruhiger ausgefallen ist. Als sonst, ja, danke, dass ihr wieder am Start gewesen seid. Ihr seid die Besten, das wisst ihr ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Runde oder hören uns zur nächsten Runde Asuras Rev. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Musik Musik Musik